jo leute und wieder willkommen zu spark challenge immer noch mit natürlich mit dem cowboy heute mit dem dumm flash und ich bin grad im hoffentlich gestorben ganz schnell rausgegangen warum das denn ja ich habe mich da ausgelockt ach so dass er gerade gesagt hast ausgegangen ja nicht so ich habe ihn getroffen zurück zum absender habe mir einen fall getroffen glückspilz ich habe einfach nur mit folge schmerz ohne gas trainer habe ich danke mach ja hat ja auch nur schlag 1 drauf naja ja volle spannung schießen und war erledigt mein gott was für ein glück jetzt muss ich wieder hochkommt so war das schlimme wird gleich erst mal ja ich weiß aber ist geil ach guck mal der zoll center bewegt sich jetzt auch mein gott ist aber nur bei optifine er ist ja gut clock ich gehe schon schlafen guter vorteil hi blaze getroffen getroffen nicht getroffen ich habe kaum platz auf die truhen egal und getroffen und gekillt aber ich habe da unten leck ach hier liegen meine ganzen steine da wo ich verreckt warum ist jetzt hier dunkel drinne blaze ward komisch wir haben blaze ward freu dir aber warum ist hier dunkel unten gewesen weiß er nicht ich treffe ja jedes mal cool ich kann sonst mit pfeil und bogen nicht wirklich umgehen ja gut aber auch das ein bisschen verbessert muss man dazu sagen ich will und so jetzt fliegen jetzt nur nach unten mit der skelette hey für den gast töte sie brauche ich alles nicht ich brauche Fackelchen wo ist er ach da ouch bam so das kann ja rein gold eisen diamanten 19 diamanten nein 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 19 diamanten wow 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 kann sie nicht mal sterben nein will ich nicht spitze irgendwie noch ein schwerer ja mit einmal leckt das dann voll gast ist tot gut gut so ein neues schwert ein pfeil ein fahrzeug achja hallo ja 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 ist so gut so ich will den pigmen aber nicht treffen ich hab keinen bock da drauf ja ja so ist das leben aha blaze einmal wasser vielleicht mitnehmen 1 2 3 und tot 2 blaze ist tot nicht ich schade wie kann ich mir nach oben gehen toll will ich aber nicht will ich aber trotzdem das nehm ich mit das nehm ich mit ne einmal wasser nehm ich mit und ich mach das nächste ziel jetzt gleich sofort ich hab so verfickte angst hier stell die nicht an ja das was willst du denn was willst du denn du weißt aber wo die festung ist ne bin auch bei der festung ja mach doch einfach wie ich mach doch einfach mal 2 vorn lang einfach einen tunnel bauen dafür oder kleide das aus da kannst du einfach durchlaufen ne muss ich nicht das mach ich ja ich muss das gar nicht ja du ich hab hier rechtsschutz ja ja aber wenn du da hinlaufen willst weißt du ja dann gibt das bei dir das ist human hier ist ja noch wasser ich lauf einfach nur über die lava rüber ja so ja dann ich hab mir so ein strick gemacht in der ersten oder da in der folge wo ich das nether portal gesetzt habe ist okay ich muss aber das mieseste sind eigentlich nur die blaze ja weil du die nicht zurücksteigen kannst das zeug ja außer du kannst gut mit pfeilen aber ich also ich hab die bis jetzt immer abgeschaffen nein hör auf zu lecken ja deswegen auch ein infinity bow weißt du dann brauchst du nur einen pfeil und brauchst nicht so viele massig pfeile gegen die ja ich hab mir jetzt aber und schon wieder ein gas tot das muss ich ja echt vielleicht schnelligkeit auf den auf die spitzhacke weil ich pass immer dann auf wenn da jetzt gas sind ey effizienz 2 mit einer 7 level verzauberung okay also das ist schon glück da kriegst du noch nicht mal für die 7 level ey da kriegst du vielleicht weiß ich nicht halber card 1 oder irgendwas ich muss jetzt noch einiges runter stellen grad oder sind zwei egal bei mir fängt das immer ab und zu an zu lenken grad äh hast du deine maximale fps so hoch ich hab keinen fall im bogen mehr wie hab ich denn verschossen eben bestimmt genug ich hab 49 oder so gehabt ja das ist gut dass ich ja ein skelettsborn habe nein boah wo kam der gas denn her ich hab ihn selbst getroffen ich hab ihn getroffen töte ihn ich hab eben bei mir die sichtweite runter gesetzt ne das ist ganz schön dunkel hier drin mit einmal geworden ja das sowieso selbst wenn du die videos anguckst voll dunkel es ist richtig dunkel hier drin geworden blaze 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 Ich brenne für dich. Ich sollte was essen. Wäre manchmal sinnvoll, weil du hier hast keinen Vampirismus. Hey Blaze. Hallo. Ach, da bist du. Ah, getroffen. Schade. Ich brenne schon wieder. Deswegen, hast du wenigstens Rüstung mit? Ja, habe ich. Ist ja auch noch heile. Ja. Ich würde auch die nächsten Level irgendwie in Rüstungteile manchmal investieren. Da habe ich recht viel Glück noch. Ich dachte eben, wir hatten eben schon 15 Minuten, weißt du das? Nö, 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 das ist gut. Ich hätte dich schon daran erinnert, ich sitze auch. Ich dachte, das ist eben wirklich. Okay. Er ist tot. Oh, geht doch. Was ist mies, wenn... Oh, jetzt ist bei mir wieder weggegangen. Ich krieg das kotzen. Was denn? Deine Uhr? Ja. Siebeneinhalb Minuten. Das bin ich ab und zu vernervig. Aber warum geht dir immer die weg? Ja, weil er einfach rausgeht. Warum auch immer. Oder hast du irgendwie eine gewisse Zeit da überschritten oder so? Nee, normalerweise nicht. Ja, normalerweise. Nee, eigentlich nicht. Von zwei Obsidian noch, komm schon, ey. So, ich brauch doch... Ich brauch doch nur unbedingt... Blaze Wurzle. Blaze Wurzle hab ich doch. Drei Stück. Ja. Einmal für einen Brauchstand und einen brauchst du, damit du... Staub rausmachen kannst für eine Enderperle und Magma-Cream, weil du einfach nur Schleim sammeln musst. Mhm. Machst du einfach Magma-Cream raus. Obwohl da steht Sammeln Magma-Cream, aber ich weiß nicht, ob das auch zählt so. Ich hab keine Ahnung. Aber eigentlich, ja, du hast es ja dann. Hast ja auch schon gesammelt. Bei wie viel sind wir jetzt eigentlich? Äh... Achtmal Minuten. Achso. Soll ich nochmal bei 9 sagen? Bei 9? Ja. Ja. Damit du deine wieder starten kannst du da... Oder soll, ist egal. Ja, sag dann. Ja, warte. Dauert noch einen Moment. Zehn. Bereit dich schon mal vor. Mhm. 5, 4, 3, 2, 1. 9 Minuten. Okay. Dann passt das, ja. Und Endertruhe. Ich hab ja, ich weiß, was ich gerade gefunden habe. Hä? Willst du? Ja, und? Ich weiß, was ich gerade gemacht habe. Endertruhe. Nächste Ziel. Nächste Waffen habe ich gefunden. Äh... Folge 46. Tolllalala. Hier ist wieder rausgekommen. 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 46. 24 Ziele schon. Mhm. Ich höre hier so ein scheiß Magmaschlein. Ach ja, ist dat geil. So. Das ist ne Truhe. Das, die 10 Obsidian nehm ich mit. Da mach ich nämlich ein zweites Portal in der Hölle. Gold und Eisen drin. So, die Endertruhe, die tu ich mal einfach nebens Bett oder so. Ach komm. Warte, warte. Also, ich hab eine Endlapelle, eine Lohnrütte, eine Gastrinne, Magma Cream, fehlt noch. Was ist das Vieh? Ich höre das immer klatschen. Ihh. Oh, drei Blaze-Words. Äh, drei Blaze. Drei Blaze-Words. Auf jeden Fall gut. Drei Blaze-Words. Mhm. Äh, 32 Sticks und 32 Kohle. Oh, ich muss mal wieder Kohle suchen. Ach du, ahnst es nicht. Ach, da ist der Schleim. Ach, da drüben jetzt. Essen, nehm ich voll die Zahlbar mit. Ja, klingt man, spring doch mal runter da. So, so passt das alles. Ach, da ist der Schleim. Ich wundere mich schon, woher das kam. Kleines Mist. Lalalalalala. Natürlich, droppt er natürlich nichts. Ach, zähnst du sechs Ziele noch. Was machen wir danach? Keine Ahnung. Und das Problem ist, das eine Ziel ist nur ein halbes. Welches? Katzen finden. Haha. Ist nicht mehr so viel. Hi, Garst. Tschüss, Garst. Ich guck mal gerade mal, was uns so einfach geht. Hab ich, hab ich, hab ich. So, jetzt führte ich mal ganz kurz. Ja, der Biegen bräuchte ich den Wizard besiegen. Ja. Wie fehlen mir denn noch? Hab ich jetzt irgendwas verpasst? Den habe ich da als Leuchttweck. Nicht, da sind schon der Blaze. Nein. Drei, vier. Nein. Irgendwas passt bei mir nicht. Keine Blaze. Ich hau mal in die Richtung ab. Zwei. Ich hab sogar schon mehr Ziele. Ja. Weil mir fehlt nur noch, finde ein Endportal, sammel das Dachenei, Leuchtfeuer platzieren und eine Katze finden. Und sorge dafür, dass du Diamantenwerkzeuge benutzt. Ich finde ein Endportal, das ist bei mir eigentlich recht gut. Eigentlich könnte ich das Zucker schon ankreuzen. Naja, das Problem ist, aber wo habe ich das 25. Ziel her? Weiß er nicht. Ich muss ja gleich durchgucken. Welches denn? Ich schaffe das immer zurückzuschieben. Aha. Ja. Scheiß, das Spiel, lass mich. So, ich wollte auch noch was in die Truhe reinschmeißen. So. Ah, ja. Scheiß. Hier, machen wir nochmal fünf Fackeln drauf. Oh, Garst, die gehen einfach auf den Sack. Ach, stellen Sie an. Doch. Und zehn Ofen-Kartoffeln hier, damit ich halt mal wieder heil nach Hause gehen kann. Und ich kämpfe mit meinem Eisenschwert. Oh, armer Junge. Wobei ich ein verzaubertes Tier-Schwert habe. Du weißt, was ich jetzt sogar mache, ich sitze jetzt hinten an der Festung, noch ein Portal hin. Vielleicht, und ich habe Glück, spawne ich irgendwo am Dschungel. Was ist jetzt? Nicht geschafft, du Mistvieh. Nix. Schade, ich dachte, tot. Ja, Garst hat geschossen, ne? So, ja, ist doch nix. Ja, mach mal alles kaputt, du Mistvieh. Wieso nicht? Stellen Sie an. Und Sprung. Ohohoho. Erstmal über so einen Abgrund gesprungen. Hoffentlich stirbst du irgendwann mal. Pupplestorm muss ich auch noch. Ich will hier raus, ich hasse das näher, weißt du das? Tröste dich, nicht nur du. Gut. Dann bin ich nicht der Einzige, der das hier hasst. Ich gehe mir nicht lieber selten in mich hier rein. Weißt du, wer noch? Kann man nicht Magma-Cream irgendwie herstellen? Ja, ja, mit Schleim und Lohn-Ruten-Staub. Habe ich auch gemacht. Okay, das ist gut. Ich glaube, Schleim hatte ich sogar. Habe ich ja auch gemacht. Glaube ich noch. Ach, weißt du was? Ich bin auch gut. Ich bin ohne Feuerzeug hier reingegangen. Äh, schlau. Und hier ist es jetzt dunkel, cool. Warte mal. Das ist so. Wir müssen mal schnell schlafen. So. Oh, in einer Minute noch. Ah, ja. Aber das ist gut. Ich werde nämlich nochmal das zweite Portal jetzt hier setzen. Hatte ich hier irgendwo noch einen Schleim oder nicht? So. Da haben wir die vermedizierte Spinnauge, haben wir ja schon. Wir haben kein Schleim. Scheiße. Da haben wir noch ein Ender-Portal, noch ein Portal reinstellen. Schleim haben wir nicht, das müssen wir dann auch. Oder wir gehen nochmal da rein. Viel Spaß beim Suchen. Oh, das ist Kacke. Kacke. Oh, jo, jo, jo. Folge gleich zu Ende. Ah, ich hab das Portal falsch gesetzt. Und zwar jetzt ist das zu Ende. Ja, okay. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.